Also machen wir den normalen 1v1-Regeln oder? Was sind normale 1v1-Regeln? Die normalen sind entweder 100 Farben, den Tower zerstören oder ein Kill. Keine Ahnung. Och nö, nicht so ein scheiß Illusion, Alter, Mann. Level 7. Ja, wow. Boah, ich finde wirklich... Ich finde fast alle Vorgeschichten so scheiße hässlich, ne? Ja, wir können ja Kill und Farben weglassen und wir machen einfach Tower. Ja, wow, du als ADC machst ja schneller den Tower kaputt als ich als Tank, ne? Aber wir können auch wie eine Farben machen. Ach, keine Ahnung. Ist eh nur... Einfach Drellflüss. Was baue ich denn jetzt? Jetzt muss ich die richtige Tactics raushauen. Das ist ein Lucian. Ja, würde es ja Sinn machen. Wenn... Willkommen zum Hauen. Wenn ich das kaufe? Ich konnte jetzt auch nicht mal die Masteries einstellen, ich habe auch Forever Battle mit. Ich habe Support Masteries drin. Glaube ich. Minions haben spawned. Zeit Limit vielleicht. Der hätte man auch machen können. Aber ja, das Zeitlimit für uns ist ja... In 20 Minuten müssen wir... Warte, wohin. Warte, wohin. Warte, wohin? Was hat mein Auto-Attack gedodged? Das waren richtige Bronze-Attack-Tacks. Ja, aber es ist ein guter Schritt, ne? Wie habe ich einen Auto-Attack gedodged? Hier. Oh, da hat er mir den Sound versaut. Aha. Alter. Ja, die kurzen Trades gewinnst du, aber die langen... Ah! Fuck my life! Alter, ey, was ist hier los? Ich hätte Ignite mitnehmen sollen. Ich wollte gerade auch noch Ignite mitnehmen. Was hättest du... Ach, Mann, ey. Ach, schade! Jetzt kommt die richtige Maxim-Action rein. Ach, erstmal entspannen hier. Ja. Er mit seinem Drawn-Panzer da. Ja, was denn sonst soll ich nehmen gegen den scheiß Luschen, Alter? Ah, jetzt werde ich euch gefragt, ob ich hier ne Runde spiele. Ich muss jetzt mal schreiben, dass ich am Casten bin. Oh Gott, ey. Ich hasse mein Leben. Wo ich jetzt hinspielen sollen. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Ah, jetzt aber schön. Ja, hat man gerade gesehen. Du bist gerade rückwärts gelaufen. Das war ein Movewalk gemacht. Nice. Hab ich gelernt, oder? Ja. Ich will ja diese... Billie Jean. Ich hatte Luschen jetzt schon. Mein Main ADC, wie man sieht. Boah, ich kitt, ey. Das sind noch ein AD. Boah, ich kann meine UL nicht... Ich kann meine UL nicht mal benutzen. Wie doof bin ich? Warum nicht? Gali, Alter. Ja, hat man gemerkt, ne? Ich glaube, insgesamt hätte ich jetzt schon eine Million Punkte auf Jakob. Ich habe einen Kollegen, der ist Niederly-Man. Der hat die meisten Punkte auf Niederly auf der Welt. Yo. Das ist krass. Ja, 2,5 Millionen Mastery Point. Ich gewinne trotzdem noch den Trade. Naja. Klaffende Wunden tun weh, ne? Ja. Von dem, was sein hat sich gelohnt, Alter. Aber ja, Livestens schon. Ja, ich hau nicht, glaub ich. Das kann der Mana. Ja, okay, ich auch nicht, aber. Fuck it. Also machen wir jetzt einen Kill, oder wie? Keine Ahnung. Ich würde sagen, einfach so lange, wie man will, ne? Boah, ich finde, der Skin ist aber so geil. Der Galio oder der Project? Ja, also der Galio natürlich. Ey, ich kenn den gar nicht. Ich glaube, der ist neu, oder? Ja, also nach dem Rework ist er richtig geil geworden, so was ich weiß. Ja, aber neu ist er nicht. Ich finde, ich krieg nur Legendary Skins aus den Truhen raus. Also wirklich, ich hab zwei Stück immer noch. Also wirklich, ich hab zwei Stück immer noch. Und die kann ich einfach nicht aktivieren, weil ich nur Legendary's raus bekomme und dann kann ich die kaputt machen. Corki und Heimerdinger jetzt, ey. Ich glaub wohl eher, weil du streamst, dass sie dir gute Kisten geben, damit sie ihnen mehr Geld machen. Und, oh, Leute, da kommen gute Skins raus, wir holen uns auch mal Kisten. Und dann? Genau. Weil ich die, ich mach die nie im Stream auf. Ich hab nicht mal, ich hab nicht mal zehn Euro, um mir mal zehn Stück, oder ich kann noch, 15 Euro, um mir mal zehn Stück zu holen. Da würde ich auch mal auf YouTube auf Spaß und richtig übertriebenes Hashtag Pack Opening machen, aber ja. Wird leider nicht. Oh, hier ist noch ein Geertal, danke, zehn Euro. Verdammt, warum mein... Ich drück 5.000 mal F und der portet sich... Der fliegt einfach nicht hin, ey, das wär so geil gewesen. Ach. Warum macht der sein Schild an? Ja, das Ding, äh, rasiert, ne? Der sah vorher aus wie ein Gollum mit Flügel, das Ding sag ich ja. Nach dem WeWork ist der richtig geil geworden, das Skin. Aber ich fand den alten Galio... Den alten Kommando-Galio, der war richtig geil. Du, wer auf so'n Purbulusen, Digge? Ach. Keine Mana. Ich hab gar keinen Schaden, ey. Das ist... Ja, ich bin Galio... Hier, der Backport ist so geil, einfach. Naaa... Jo. War das vorher bei dem alten Galio auch schon? Ne, der ist halt eben, äh, scheiße gewesen. Ja, okay, weil, das ist echt... Ja, das ist so jeden Champion... Ich weiß nicht, wenn... Wenn ich das neben mir stellen würde, sich nicht taunten würde, dann würde er irgendwas spezielles auch sagen, Leute. Da sagst du fast jeden Champion irgendwas spezielles. Weißt du, Poppy sagt er, äh... Novität... Gate 2. Also hier, ähm... Höllentor 2, ne? Ich bin ja auch gar nicht mehr in der Meta drin, ne? Und deswegen weiß ich ja nicht mal mehr, welcher Champion jetzt überhaupt gut ist und... ... was Komfortpicks sind, weil... ... aber... ... das... ... das klappt jetzt mal zwei, ne? Das will ich... ... Sekunde, Alter. Ja, ohne Mala kann ich vielleicht falten, du Sank, Alter. Ich hab kein Leben in der Meta. Ja, und? Ach, da holt er sich das hier, ne? Ich... Ich fasse nicht. Ja, hätte ich jetzt... Hörte mal die Old of Minions casten, dann wärst du jetzt eigentlich, glaub ich, äh... ... schön angesiedelt worden, aber... ... leider geh ich nicht, ne? Ach, da war ich gerade am Schreiben und dann nutzt er diese Situation. Aber ich hab schon gedacht, bist du immer am Lecken oder so? ... Komm, schieß noch mehr auf mich. Ah, der ist schrecklich. Ah, fuck it! Wieder einfach seine... Ja, die Doge-Skills hier, ey. Ja, die Doge-Skills hier, ey. Mist, alles. Ja, komm! Nein! 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 Was ist denn für die Scheiße? Alter, ich lache wie Maxim, einfach so der Scheiße! Oh, Mann, ey, Alter, ey. Oh, ich, ich deswegen... Also, wenn man 1v1 macht im TS ist das immer witzig, aber... Mann, was ist das? Nimm mir nen scheiß Schneeball! Ja, ich wollte last hit mit dem Schneeball und eben nur so... Fuck it! ... Kann ich mal huren so? Alter, nehmt der Heal mit? Ich tring erst mal... Oh, ja, der Slow, den hol ich mir und dann... Ja. Oh, ey, ich hatte keine Mana, ey. Oh, fuck it! ... ja ich bin aber ein defensiver tank ist nicht es mich bestimmt gehen können wenn ich keine so ausgabte schreibe so dass alle leute im check gestorben ich bin aber in jedem game so übelst fixiert dann spaßt alter ich hab nein ich bin jetzt die käme ich bengalio immer diese hacker ja oh man ey oh oh ey man ey was ist das weißt du ich spiel mir hier 1v1 neben meinem turnier alter oh man ey ich raste aus oh kein heal boah jetzt mach ich ne 5 tschüss ich mag dich nicht ja jetzt war ich auch einkaufen ne wird gelaufen ach da haut er ab ach da muss ich ja rum ist ok komm bleib bei mir nur weil du ne ult hast ich hab keine ult komm nils ihr übernimmt das für mich oh ich könnte so einfach in den gegenertower laufen ja kannst du ich würd eh nicht gewinnen ja was bist du mach mal deinen tower ne ja mach mal den tower ich schaue dir ein bisschen ich kaufe gleich gunblade weißt du dann mach ich einfach damage krieg den tower nicht oder doch alles gut hättest du mich früher verspottet dann hätte der tower mich auch mal eingegriffen naja ich verspottet dich gleich jetzt hier ne wie gesagt ey die ziehe in den tank ne dann macht die den tower eh kaputt ey ist halt so ne aber mit galio und dorf haben das halt guck mal ich hab ult oh man das war an 10 Leben oh man das war an 10 Leben er hat dann mit 10er weh und er ist nicht schon weg ja der ist tot der letzte Schuss trifft nicht mehr wenn du so lebt hast ey hahaha oh ey god you be for the life alter hahaha yay er macht hier alles kaputt BAM STIMM DORTO NOO 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 Poppy Tristana Crash eigentlich meist support champs Garni Spiele ich erst mal seit drei Mal also Garni habe ich früher bei den WeWorks gern gespielt also Ich spiele leider doch plötzlich einen Aran Ich muss nochmal Popi oder Popi machen das breite Popi-Spiel Wieso? Kannst du Popi? Nein aber ohne einen Champion kann es dir einen auch so doch plö- Ja Ari kann ich auch eigentlich ganz gut wun we mal so sagen Kann auch Ari gegen Ari machen. Ja lol. Oh lol. Ja. Oh doch. Ich mach's. Ich mach's zu dir. DWEI ARDEN! Ah f*** dich! Oh hier, Minions killt mich! Lass! Ok, der Toniercode ist dann jetzt auf glaub ich sie langsam da. Ja. Ich hab's doch gesagt, du müsstest gleich in 1-2 Minuten kommen. Und dann ehrlich war das Game hier. Nimm Rippen gegen Rippen. Ich hab keine Rippen leider. Oh ja, das wär auch cool. Yasuo gegen Yasuo kann man machen. Ja komm, ich hab Yasuo letztes geschenkt bekommen. Ich hab gesagt, wenn ich Yasuo habe, wenn ich ihn so heftig spiel, bis ich Stufe 7 bin mit denen. Muss ich üben. Ok. Das war's. Das war's.